219. Folge von Towns Dann sind wir hier gleich los. Destroy. 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 Und oh der zerfällt schon sogar. Das war nicht ohne, dann wäre nachher noch was passiert. Den können wir auch destroyen. So und dann sind wir jetzt hier schon ziemlich weit. Können wir die Inneneinrichtung dann weitermachen. Hier können wir auf jeden Fall, habe ich den nicht ausgewählt. So, die da draufsetzen. So und hier wäre jetzt Einstein. Und die. Und dann passt es doch tatsächlich nach da hinten, oder? Hier muss es hin, ne? Ja. Und hier sind dann die Eingänge halt da. Gut, dann wäre ich jetzt nicht draufgekommen, dass es geklappt hätte. Gut, dann läuft das auf jeden Fall. Steine kommen schon genug. Das ist schon mal cool. Erste Zimmer ist schon fast fertig. Ah, das war nicht ausgewählt. Da können wir einen hinmachen. Und der wird da. Und der wird da eingesetzt. Das heißt, da kann auch einer drauf. Okay, der kommt da hinten hin. Der kommt da hin. Da. Und da. Läuft. Okay. Auch da einen drauf. Die nächsten kommen auch schon. Gut. Da kommen wieder drei Steine. Da ist schon fertig. Das können wir dann bis dahin auch zuziehen. Keine Pause, weitermachen hier. Zack, Steine holen. Und hier vorne kommen auch Zimmer da hin. Oder wie ist das? Ja, das wäre hier, ne? Also. Ein Stein. Und dann vier. Ja. Oh, ne? Oh, ne? Oh, ne? Ja, die sind hier nicht so ganz... Doch, die sind auch so tief, aber... Okay, dieser Raum ist dann zu groß. Dann, äh... Machen wir das mal schnell weg hier. Na, das hat jetzt nicht geklappt. Hm, das passt hier sowieso dann nicht, oder? Ich weiß es nicht. Machen wir das mal schnell hier alles weg. So. Der muss auch weg. Und dann müssen wir das nochmal machen. So, da ist die Tür. Da sind die vier Steine. Und hier kommt die Wand hin. Auf ein neues. Ja, jetzt passt es, ne? Äh, ja. Und... Ne, das ist falsch. Da muss erstmal noch einer weg. Hm, das hat nicht geklappt. Und... Machen wir hier grad fertig noch ohne. Ja. Da fehlt auch einer. Das sind sogar zwei. Aha, okay. Na ja, aber ist okay. Lassen wir so. Ja. Gut. Das passt. Das ist alles richtig soweit. Stein ist noch ausgewählt. Dann kannst du da schon einen draufsetzen. Ja. Ja. Jo. Ja. Wunderbar. die beiden auch noch. Jetzt müssen wir mal gerade hier gucken. Ah ja da muss noch einer hin. Der da hinten ist glaube ich zu viel. Der muss weg. Und dann wieder da. Und da. Shift-Taste wohl nicht gedrückt. Ich habe die falsche Taste erwischt, das ist das Problem. Gut. Haben die wieder was zu tun, ne? Die sind alle ausgewählt. Da fehlt noch einer im unteren Bereich. Das läuft aber so weit. Gut, dann gucken wir mal nach ganz unten, was da unsere Helden machen. Oh, da gibt es einen Geist. Da ist einer gestorben. Ist nicht gut. Da ist aber gerade ein Held, ne? Ach ne, der läuft vorbei. Okay. Hier ist noch was zu entdecken, da auch noch. Und da gibt es auch noch Gänge. Und hier ist auch noch nicht weiter. Aber sonst geht es ja schon voran. Da muss man dann gucken, wo es da noch weitergeht zum Beispiel. Aber so wie es aussieht, gibt es ja hier keine Gänge mehr. Nach da drüben, oder? Ne, da müssen wir da irgendwo was bauen. Dann machen wir das mal hier. Graben wir da mal nebenher. Wir können natürlich diesen Raum auch gerade größer machen, ne? Alternativ wäre hier noch zu gucken. Aber da müssen wir auch ein bisschen Vorsicht walten lassen, ne? Ja, komm. Da geht es noch weiter. Da wird auch weiter gebuddelt. Da ist nichts passiert. Läuft da hier hin zum buddeln. Das sieht man nicht, ne? Da war schon einer, hat da was gemacht. Es kommt immer einer, macht einen Stein weg und dann geht es wieder hoch, ne? Läuft, oder? Ja. Jetzt laufen sie alle hier hin. Okay. Okay. Da gab es noch keine weiteren Erkenntnisse. Wo war jetzt? Da, okay. Ah, da ist mal einer, der mal ein bisschen was mehr macht. Cool. Du. Wait. Du. Duens nicht die soit. Du. 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 Hier geht's in die Tiefen des Systems. So hier machen wir jetzt mal in diese Richtung dann auch weiter. Da ist noch ausgewählt, da auch. Aber der geht auch gleich wieder. Der wird einen weg machen und dann geht er auch wieder hoch. Ja. Der geht hoch. Ah hier sind drei Leute, vier. Läuft. Da hat nix gebracht. Warte wieder Treppe hoch. Weiter geht's. Okay. Keine neuen Erkenntnisse für irgendeinen Dungeon. Aber hier hatten wir irgendwo schon noch mehr. Da unten geht's weiter. Definitiv. Meine Leather machen wir da mal, oder? Okay. Da ist noch nix passiert. Gehen aber auch zwei hin. Oh, da ist einer runter näher hochgegangen. Okay. Ist ziemlich alles ausgewählt hier. Aber niemand ist da, der ist erbaut. Ja, da ist ein Held. Der geht aber auch hoch. Und hier wird weiter gearbeitet. Okay. Hier haben wir auch nix. Ja, hier geht auch nix. Hier ist auch sabbert. Da geht's noch weiter und da geht's noch weiter. Hier ist auch noch ein Gang. Und da ist auch noch was. Gut. Okay. Wo wird gepickt? Da wurde er gepickt. Wird da jetzt ne Leiter? Ah, da ist ne Leiter gemacht worden. Okay. Jetzt ist die Frage, ob man hier unten hinkommt oder nicht. Jetzt müssen wir mal genau gucken, ob da einer runter geht oder nicht. Oh, hier ist ein Gang. Okay. Dann gibt's da weitere Wege. Da nicht. Da auch nicht. Aber hier geht's weiter. Okay. Wer ist das jetzt? Ein Angriff da. Er ist total müde. Okay. Da kommt Hilfe von einem Helden. Passt. Okay. Wer ist das? Berserkatron. Okay. Und der halt hat hier genug zu tun, ne? Oh. Da ist einer runter gegangen. Und der ist auch gleich gestorben. Ein Vampir war das. Und keine Ahnung wie das Vieh hier heißt. So. Bam. Das ist ein Vampir. Das ist ein Weretiger. Blower Stime. Blower Stime. Also er hier ist schon. Ja, gut. Dann müssen wir mal gucken. Wer ist das jetzt hier? The Burning Pet. Aha. Blue Slime. Meertiger. Und das haben wir hier. Und einen verloren haben wir hier auch. Der hier was machen wollte. Und dann leider... Also man kommt hier runter. Ganz klar. Wir nehmen dieses schnellstens weg. Damit hier nur ein Held runter geht. Und sonst keiner. Sonst haben wir noch einen verloren. Gut. Okay. Aber für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.